Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei der gierigen Brigade, nee, bei der Strange Brigade, mit unserem Floki von FlokiLP, den Smitty von den Neon Green Monkeys, und mir, euren sexy Papillon hier, mit dem neuen Charakter. Da ist was zum Schlotzen. Das sieht doch wieder gefährlich aus hier. Oh, der ist aber nicht so groß hier. Nee. Da geht es mir wieder ein paar Mal am Kragen wahrscheinlich. Jo. Gucken wir hier wieder hoch. Hier ist doch ja nichts, oder? Ah, hier ist eine Truhe. Tränke sind hier verstreut. Alle warten auf dich. Ja, ich komme hier. Alles gut. Oh, oh. Na, wenn wir da mal jetzt, den Neuss. Na, die typischen alten. Die guten alten. Die typischen Kuttengräbler. Hm, Dörrfleisch. Hm. Oh, da oben wieder die Viecher, ey. Oh, oh. Oh. Wo sind denn die, die oben stehen? Nein. Was war noch mal Granate? F. G. F. Ah, ja. Wow. Oh. Ich muss nicht mehr nachgespawken. Oh. Also meine Spezialfähigkeit komme ich noch nicht mit zurechten, wie sie sagen. Was hast du denn gehabt vor allem? Äh, das ist eine relativ gute Frage. Oben die Schlonzer sind wieder da. Oh. Andere Seite sind hier auch wieder die Schlumpzer. Oh. Wow. Hier unten ist ein Schlumpzer. Glaubst du denn? Schöpfe den. Oh. Scheiße. So. Oh oh, die haben da hinter mich geschlichen. Der ist neu, dieser grüne, der streichelt Blumen, oha, der guckt da nur, Mosi, Mosi, der Gartenwächter. Komm her, Mosi, Mosi. Oh. Oha. Oh oh. Draußen sind auch Viecher. Schlotzer hier. Der Wächter ist da, der Gartenwächter. Schieß ihn mal auf die Mörte. Jetzt haut er mir auf die Mörte. Eieieieiei, jetzt wird's aber wieder ein bisschen eingelassen. Woah. Oh scheiße. Der Gärtner hier, der hat mich weggeknallt. Ja. 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 Wo bist du denn? Ja. Papi hat auch grad ein bisschen zu kämpfen. Ich bin irgendwie raus. Du bist raus. Oh, du bist raus. Ich wollte nicht mehr. Ja. Hm. Aber ich komme wieder. Keine Frage. So wird's sein. Lass ihn mir doch nicht entgehen hier. Wie er den Mooshammer da fertig macht. Er hat ihn grade schon fertig gemacht. Ich seh's schon. Das soll sie ja nur ohne mich machen. Ja. Ich stecke im Sarkophag. Ah ne, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Ich konnte dich nicht leider eher wieder überleben. Es tut mir leid. Ah ja. Ja, naja. Na, will die wir haben, die schenke ich mir. Danke. Bitte. Muni hätte ich gern mal. Na ja, bin ich die Flammeerber. Vielleicht können wir noch mal die Guten stammen. karabin so weiter geht's hey trügerische tunnel na so papi hat mal wieder so eine mörder armee aufgerissen das war ein kiss beim kisten duten das macht auch so einen spaß entschuldigen die nächsten richten ich habe es fast meine gesamte gesundheit verloren wie nett ihr auch seid dankeschön scheiß da können wir erst nix oh alter hier ist wieder ein rätsel katze hab ich Oh, ein ganz neues Rätsel, jetzt. Ja, warte mal, ich bin unser Gegner. Okay. So, zeig mal, was du hast. Zeig mal, was du hast. Ui. Ja. Welche müssen nun grün leuchten, welche rot? Müssen alle in einer Farbe leuchten wieder, oder? Was ist das hier, wenn? Schrott. Keine Ahnung. Aber wozu wäre deine Schelle da? Oben geht was auf hier. Aber weiß nicht, was da passiert. Vielleicht musst du wahrscheinlich erst alles... Erst, genau. Nee. Muss ich draufstehen? Stell dich mal drauf und schieß auf die Tore. Passiert auch nichts. Rett doch oben einfach mal drauf. Nee, ich glaube, wenn du oben drauf schießt, ist ein Versuch weg. Ja. Wir können es nicht immer machen, aber... Werden wir drei. Ja. Komm mal, schieß doch einmal drauf. Voll nicht? Ah, wir hätten es gerade merken müssen. Ja, ich weiß es. Gut, dann mach's. Ja. Ach, man muss die anderen... Sehe ich, dass du es dir gemerkt hast. Oh, scheiße. Ich hab mir die Rotköppe gemerkt. Ja, sorry, Leute. Dann hättest du einfach auf die anderen geschossen. Richtig, weil als der erste oben rot aufgepoppt ist, hättest du gucken müssen. Naja. Mein Fehler. Jetzt sind sie so stinkig, weil sie das Loot nicht bekommen. Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, weißt du doch. Naja, mir geht es nicht mehr zwingend um das Geld, sondern eher um wahrscheinlich das... Ja. Die Vervollständigkeit der Symbole, wo wir immer vier von brauchen können. Um neues, neue Fähigkeiten-Bunks freizuschalten. Das ist das Schlimme. Ja, es ist uns allen schon mal passiert. Ja, ja. Ach so, weißt du. Oh. Ich schieße doch auf die Besserung. Ach so, ja. Wir müssen doch erst mal treffen. Wir haben kein Zielwasser getrunken. Das stimmt. Oder zu viel. Niemand weiß es. Oh. Du qualmst. Quasi. Steht in Flammen, weil er so gierig ist. Ja, da habe ich nicht mit gerechnet, dass hier abgeschossen wird. Oh, hier gibt es Tränke. Du bist so leid. Ich wohl. Ich habe hier auch gar keine mehr. Ich habe hier auch gar keine mehr. Ja, ich auch. Hier ist noch einer. Da ist noch ein Tram, Papa, Pio. Ich bin voll. Dann nehme ich mir mit, wenn nicht. Gebe ich ihm einen, der ihn braucht. Du bist ein Labyrinth schon wieder wach. Da kommt man da von oben rein. Vielleicht müssen wir auch erst was erledigen, dass dann die Tür aufgeht. Was ist das? Das ist ein Labyrinth. Ach so, das ist ein Labyrinth. Aber rein kommen wir noch nicht. Hier geht es rein, oder? Hier geht es runter. Katze? Hat er die Katze gehört? Nee, habe ich nicht. Habe ich. Boah. Oh, jetzt. Weil hier unten ist auch noch was zum Einsammeln. Da ist nicht nur hier entkommen. Wo wollen wir erst runter, dann? Oder was? Ja, guck mal, hier ist doch so ein Balkon. Können wir schon mal gucken, was uns erwartet, oder was? Hier geht es doch gleich runter. Da ist doch die Treppe. Aber was ist hier? Da geht es nachher wahrscheinlich weiter. Hier, guck mal, hier ist ein Rätsel, Leute. Da geht es nachher wahrscheinlich weiter. Ja? Ja, da wir wahrscheinlich hinten wieder rauskommen. Wenn nicht, können wir ja immer noch zurücklaufen. Ja. Sind sie hier nicht befahren. Oder auch nicht. Also doch mal den Hebel ziehen hier. Mach mal. Eins leuchtet. Da oben leuchtet eins. Wo ist der dritte hier hinten? Also, auf alle schießen jetzt oder nach einem Feuer wie erst mal. Haben wir drei geschossen oder ist noch einer irgendwo? Ja, ja, mal. Freie. Ich bin zu langsam. Ob es mir die doch gar nicht ran ist. Sie haben schon, wenn die Taschen voll gemacht hat, wo ich da direkt neben der Truhe stand. Ich nicht. Ich habe hier den Ausblick gelassen und es mir hier hat erst mal die Truhe gelootet. Ich habe jetzt mal den Blick fürs Wesentliche. Na ja, natürlich. So. Jetzt aufpassen. Wodruf? Auf die Fallen. So, ja. Ah! Ei, ist das gemein. Oh, hier schießen wir. Hier schießen wir. Oh, oh. Gibt es noch woanders lang, da wo du gelangst bist? Hier geht es. Aua. Aua. Boah, bin durch. Wieso ging es da, wo du warst, nicht lang? Doch, doch, da ging es auch weiter. Boah, ich bin auch durch. Hier ist ein Truh. Und hier ist ein Hebel. Das werden hier die Pfeile sein, genau. Hey. Da ist aber noch ein Hebel. Hebel mit einem Auge dran ist bei mir. Ist das schon am Hebel gezogen? Soll ich am Hebel ziehen? Noch habe ich nicht dran gezogen. Bei mir ist so ein Auge hier, so ein Augensymbol noch dabei. Ach so, ja. Hier hinten gibt es noch ein Buch bei mir. Lass mal gucken, wo wir finden, dass wir was geordnen können. Hier ist auch noch was. Hier ist der Skarabee, so ein Käfer. Das ist ein Buch nicht da vorne. Wo seid ihr denn? Ah ja, hier ist ein Käfer. Links von dir. Ah ja, ja. Ich komme auch nicht mehr klar hier. Fremd aber nicht so. Gab es da noch was? Oh, hast du alles geholt? Da war eine Truhe mit ein bisschen Geld. Okay, dann brauchen wir da nicht nochmal hin. Können wir direkt zurück. Ja, den Hebel lassen wir erstmal oder was? Ja, wir gucken erstmal. Oh, wer läuft denn in der Mitte bitte schon durch? Oh, der ist voll getroffen. Wir müssen hier wieder zurück. Hier ist auch noch ein Hebel. Ja. Den haben wir doch gerade gezogen. Ja, aber wo müssen wir zurück? Na hier, gehst du noch weiter. Alter, alter. Scheiße, nein. Ich bin falsch abgebogen. Ich habe mich hier alles killt. Kunde. Warte nochmal, warte nochmal. Ja, ich komme gleich. Hier ist eine Tür, wo ich bin. Wir müssen da einmal quer rüber. Geht's hier schon weiter, die Tür? Oder ist das... Nee, ist ein Rätsel davon. Hier ist es doch. Ja. Hier ist der blaue Schlotzer. Richtig. Oh nein. Oh nein. Untermittlungsrätsel. Lass mal die Finger da raus, Leute. Stimmt, du kannst das ja. So. Ich glaube, ich... Gönne mal ein Café. Werd ich. Oh, ich vergiss, ob ich meine Steuererklärung nochmal... Das war schnell. ...dringen drin. Woherum? Die Figuren, die antiken. Ah, okay. Sie ist aber schon nice aus, dieser Raum hier. So in lila Sicht getaucht. Könnte schön dein Thronsaal sein, wa? Ja. So, jetzt wieder zurück. Ich sterbe doch jetzt. Voll rein. Ah. Das macht mich doch lustig. Voll rein. Ich lande selber drin. Oh. Ich wollte geradeaus. Nein. So verkehrt. Treppe hoch? Ich glaube, jeder braucht einen Hebel. Ja, wir brauchen... Ich nehme den Hebel hier. Welche ist'n das? Edelstein. Ich habe hier... Irgend so eine Speerspitze, oder was das sein soll. Ein See will. Soll ich mal dran ziehen? Warte. Nicht dran ziehen. Komm mal rüber. Achso. Ja, zuerst der mit dieser Speerspitze. Okay. Gut, dann ziehe ich dran. Dann brauchen wir den mit dem Käfer. Und sei es auch egal, die Reihenfolge. Cool, ich habe hier eine neue Waffe. So ein Granatwerfer. Du kannst um Auge gehen, wenn du willst. War das rechts? Das war mein Granatwerfer. Du musst mir einmal folgen. Das ist die falsche Richtung. Ja? Ja. Na gut, da komme ich auf. Die haben den Kameraden besiegt. Da komme ich in... Hallo. Der kommt hier und nicht retten, ne? Ne. Weißt du, wie weit er weg ist von mir? Bin ich? Warte. Komm mal. Hier ist der Retter in der Not. Ist das jetzt aus hier? Jetzt ist alles aus. Ja. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. sollt die tür mal aufschießen? hier da ist was dickes sind da guck mal wie die wackelt soll ich mal aufschießen hier mit meinem granatwerfer? ich muss denen nur sagen wird es von unten machen oder? ich kann von hier komme ich dran ja schieß hinter uns Schilde kommen da vorne weg Alter ist ja zäh da war ich mal zäh was macht noch einer? ach wir müssen unten verteidigen leute ich bin schon wieder bald tot oder hinter uns verteidigen am besten hinter uns ne ja schild das ist ja ja schild In Säcke. Oh, fully charged. Fantastisch. Hast du denn gerade mit dem Blasso weggezogen? Ja. Spezialfähigkeit, ich übe nur. Katze. Katze. Irgendwo oben. Nicht direkt. Habt das er? Ja, anscheinend schon. Jo, war hier unten. Äh, ich bräuchte mal Moni. Ich muss mal kurz zurück, glaube ich. Hier, hier. Achso. Alles da, alles da. Sehr gut. Auf in den Tempel. Die haben ein Rätsel entdeckt. Schon wieder. Oh... You gotta be kidding me! Du hast ja nicht mal so ne Vase gefunden hier. Echt? Mhm. Bin ja auch mal, ja. Schledermäuse. Aber sonst ist hier nicht die Welt, glaub ich. Ich hab so ein Guckloch gefunden, da könnte ich was sehen. Wo war denn das? Da. Ja. Aber, äh, gibt's ja nicht, dass hier gar nichts ist, ne? Ja. Kann man mal die Fräule an. Ah, okay. Das heißt, einmal die Stimmgabeln, auf der anderen Seite war hier dieses Messer quasi. Ah ja. Ich weiß nur nicht, was das jetzt bringt. Ich hab den Ebel ab, da hier schon. Ja, doch hier vorne kannst du auf irgendwas schießen, ne? Jetzt ist sie auch offen, ja. Dann schieß mal auf, äh, wie gesagt, Messer und Stimmgabel. Guck mal so. Besser als falsch, ne? War nur die Messer. Instant kill, ey. Jo. Nicht die Messer, sondern das Messer. Ach so. Scheiße, nochmal. Hervorragend. Ja, sehr. Hervorragend, ey. Guck dir die Viecher an. Weiter. Weiter. Hervorragend. 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 Dann klang er da auch schon. Hervorragend. 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 Das hast du hier noch gemerkt. Hervorragend. 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 Hinten ist so ein Rätsel, vielleicht kriegst du hier noch was. Der kam wieder. Da brauchen wir wieder eine... Ja, ich hab schon eins gesehen. Ja, hier. Hier. Die Swings. Ja, genau. Da oben ist noch eins. Schwings. Und der... Abgehangene Schinken. Nein, keine Ahnung. Wo ist denn das dritte? Ja, da hinten. Diese neun komischen... Ach so. Die Swings war das? Das Swings, ja. Dann? Dann das, genau. Und die Schlange. Sehr gut. So, auf diesmal wird's Floki alles. Ja, sagen wir ja nix. Wirklich, wenn das überlebt... Hier ist doch gar nix. Wenn das überlebt... Ach so. Wie denn? Da ist ein Hebel. Ach, hier ist die. Zieh mal am Hebel. Zieh mal am Hebel. Zieh mal am Hebeln. Ah! Noch erstmal die Kammer. Oh, ja. Wollte ich auch sagen, oder? Oh, nee. Ah, hier geht's weiter, ne? Das war ein Reinfall. Hat's geschafft. Ja. War nur Geld und äh... Die Oskar-Staat. Mehr gab's da jetzt nicht, oder? Nee. Geht's auch nicht weiter. Und eine legendäre Waffe. Na ja, klar. Ich dreh gleich mal dieses Klingen noch ein bisschen schneller. Und enger vor allen Dingen, ne? Ja. So, ich würd' sagen, bevor's gleich zum scheinbaren Endkampf kommt, maybe, ähm, legen wir noch mal ne Pause ein. Ja. Ja, das sieht so aus, weil das sieht sich schon so aus. Dann, äh, wo treffen wir uns denn? Ich bin beim Lager. Na gut. Treffen wir uns da. Alles da. Dann, äh... Ja, Papillon? Papillon eigentlich? Ja, richtig. Ja, dann wünsch ich euch noch was, ne? Schönen Feierabend. Und schaltet das nächstes Mal bei Fluggie in. Nee, oder? Meine Idee auf Green Monkey Side. Wenn's heißt, wir looten mit der Brigade. Jo. Tschüss. Tschau. Scheiße. ... Ja.